Hallo ihr Lieben, mein Name ist Ines Zimmermann, ich bin Hautleserin und ich darf heute zum Thema Unzufriedenheit energetisch auflösen für uns wirken. Für dich, setz dich entspannt hin, achte bitte darauf, dass deine Füße gut nebeneinander auf dem Boden stehen, damit die Energie gut durch dich durchfließen kann. Du darfst gerne deine Augen schließen, das mache ich auch, es dauert einen kleinen Moment und dann geht es los. Puh, Puh, Puh. Amen. Amen. Als erstes werden unsere negativen Gedanken gereinigt. Aus unserem Unterbewusstsein. Ich nehme jetzt gerade ganz viel Schwere wahr, Traurigkeit. Und da sitzt so viel Traurigkeit in uns, dass mir schon selber hier fast die Tränen kommen. Aber das darf ich heute so energetisch lösen. Und ich öffne schon mal unsere Fußchakren, damit all das, was sich hier und heute zeigt für uns, was gelöst werden darf, über unsere Fußchakren abfließen darf in Mutter Erde zur Heilung und Transformation. Und jetzt geht es jetzt mal mit der Kaffee und Transformation. Und dann kommt es wieder mit der Kaffee und Transformation. Amen. Amen. Und ich nehme hier jetzt auch so leichte depressive Verstimmungen wahr. Auch die dürfen aus unserem Energiesystem entfernt werden. All das Schwere. Ganz viele unterdrückte Emotionen nehme ich jetzt wahr. Auch die dürfen jetzt energetisch gelöst werden für uns. Okay. Soll das. Und ich fange jetzt zudem an, unseren Solaplexus zu reinigen. Und während ich den Solaplexus reinige, wird jetzt auch schon unser Kopf freier. Und ich fange jetzt an, unseren Kopf zu reinigen. Und die Schwere, die ich wahrgenommen habe, die wird auch weniger. Der ganze Oberkörper ist schon befreit. Das fließt jetzt noch weiter ab aus den Beinen. Das fließt ab in Mutter Erde. Und im Solaplexus nehme ich noch dieses Unwohlsein wahr. Das dauert jetzt auch noch einen Moment, dass auch das komplett aus uns entfernt werden wird. Das dauert. 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 Ja, interessanterweise zeigt sich jetzt das Thema unserer Unzufriedenheit zum Thema auch Geld. Und auch das darf jetzt erstmal aus unserem Solaplexus mit entfernt werden. Dass wir zu wenig Geld haben, nicht ausreichend Geld zur Verfügung haben. Und wenn diese Emotionen in uns schwingen, dass wir unzufrieden sind mit dem, was wir haben an Geld, dann kann sich das auch leider nicht vermehren. Und deswegen ist es so schön, dass sich das jetzt hier und heute für uns zeigt, damit das gereinigt werden darf. Wunderbar. Und da kommen mir auch die Tränen, weil da fließt ganz schön viel dazu ab. Wunderbar. 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 So, und hierzu löst sich jetzt auch eine tiefer sitzende Blockade. Und all das darf jetzt erstmal alles abfließen in Mutter Erde zur Heilung und Transformation. Und nachdem sich dieses Thema zum Geld gezeigt hat, wird unser Energiesystem schon allgemein viel leichter, viel freier. Und ich fange jetzt an, unser Sakralchakra zu reinigen. Und ich fange jetzt an. Und ich fange jetzt an. Untertitelung des ZDF, 2020 Auch hier wird jetzt unsere Unzufriedenheit gereinigt und entfernt, die uns auch in vielen Dingen zurückhält. Und Das war's. Und umso mehr Unzufriedenheit jetzt energetisch für uns abgelöst wird, umso mehr Platz bekommt dann jetzt auch gleich die Leichtigkeit in unserem Leben. Und das dauert jetzt noch einen kleinen Moment, hat sich doch sehr viel in unserem Leben angesammelt, Anunzufriedenheit. Ja, und jetzt wird einmal komplett unser Energiesystem von unserer Unzufriedenheit gereinigt. Nein, 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 nein. Und alles, was sich da jetzt noch zeigt, fließt über unsere Fußchakren ab in Mutter Erde zur Heilung und Transformation. Und das wird noch nicht ruhen. Oh, oh, oh. Amen. Und jetzt lade ich die Lebensfreude in unser Leben ein. Das Alte ist alles ausgeleitet und jetzt ist mehr Platz für Lebensfreude. Und jetzt bitte ich die göttliche Quelle über unser Kronchakra, Lebensfreude in uns einfließen zu lassen. Der ganze Kopf ist schon ausgefüllt und es geht weiter in unseren Oberkörper. Und diese Lebensfreude fließt in jede Zelle unseres Körpers, neue Informationen, Lebensfreude kehrt ein. Das gibt uns auch ganz neue Kraft und Power. Ich nehme ganz viel Vitalität für uns wahr. Alles, was sich jetzt für uns neu entfalten darf. Es fühlt sich sehr erfrischend, lebendig an. Es fühlt sich sehr, 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 es Ja, ich nehme jetzt auch so eine Vorfreude wahr auf das, was für uns jetzt kommen darf. Ja, das Gefühl, ich könnte die ganze Welt umarmen. Wunderbar. Ja, diese glücksbringenden Emotionen, die kommen jetzt hier immer mehr zur Geltung. Ja, lachen. Es ist wunderbar, wie sich das jetzt anfühlt. Vielleicht kannst du das auch schon für dich wahrnehmen, auch wenn das noch nicht ganz bei dir ankommt. Diese Energien wirken auch immer noch nach. Du kannst dir das Video auch öfters wieder anschauen. Ja. 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 Wow. Ja. Die ganze Körper fühlt sich komplett belebt an. Sehr lebendig. Ja, und mit dieser wunderbaren Energie komme ich hier in den Raum zurück, öffne langsam meine Augen und wenn du soweit bist, lade ich dich ein, auch wieder in den Raum hier zurückzukommen, jetzt hier und jetzt. Ja, sehr, sehr belebend. Ja, mein Name ist Ines Zimmermann, ich bin Hautleserin, vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin ganz durcheinander vor lauter Rührung und Überwältigung, ich bin Hautleserin und ich bedanke mich fürs Zuschauen, alles Gute für dich. Untertitelung des ZDF, 2020